Neue Energie für Bayern. Der Stromversorger Bayernwerk hat in Regensburg sein Konzept der regionalen Energiezukunft vorgestellt. Speziell im ländlichen Raum soll es eine neue Versorgungsstruktur geben, durch die Menschen weitgehend aus erneuerbaren Energiequellen leben können. Die Idee dahinter ist, dass sie faktisch bei ihrem Nachbarn die Energie kaufen, die er ihnen zur Verfügung stellt, weil sie überschüssig ist. Und diesen Markt, diese Community in Gang zu setzen, das ist die Kernüberlegung eines lokalen Strommarktes. Außerdem startet Bayernwerk mit Audi ein Projekt, um dem steigenden Stromverbrauch durch Elektroautos gerecht zu werden.